So, nun sind wir mal hier auf einer Insel. Das habe ich mir auch nie vorgestellt, wie man Südostasien eine Insel sind und Baden-Werr. Wie im Film. Da muss man ganz ehrlich sagen, es ist nicht Mexico. Aber so hat eben jedes Land, jeder Ort seinen eigenen Encanto. Ich werde das braune Wasser dann gleich mal ausprobieren. Auf Wiedersehen.